Hallo Herr Goldberg, der Börsenmonat Juni hat beim DAX mit neuen Höchstständen gestartet. Bröckelt denn jetzt so langsam der Pessimismus der Anleger, den wir in den vergangenen Wochen gesehen haben? Ja, in der Tat, Herr Mut, er bröckelt ein bisschen der Pessimismus. Unser Börse Frankfurt Sentiment Index der institutionellen Investoren, der ist tatsächlich etwas gestiegen. Es ist nicht wahnsinnig viel gewesen. Es sind gerade mal vier Pünktchen von minus 14 auf minus 10 Punkte. Das heißt unterm Strich natürlich, dass hier doch sehr wenige Marktteilnehmer die Reißlein auf den Weg nach oben gezogen haben. Gemeint sind natürlich die in der Mehrheit befindlichen Pessimisten. Da gab es die ein oder andere Klatschung. Das Ganze wird ein bisschen kaschiert, dadurch, weil auch einige Optimisten aus dem Markt rausgegangen sind. Also hier ein leichter Anstieg des Börser Frankfurt Sentiment Index. Hier der Blick auf die Grafik zeigt es nochmal von gerade mal vier Punkten. Der Sentiment Index der Privatanleger liegt erst mal seit März wieder im positiven Bereich. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach? Ja, in der Tat. Die Privatanleger, die sind ihren institutionellen Pendants etwas voraus gewesen. Unser Börser Frankfurt Sentiment Index, der steigt nämlich um sage und schreibe. Jetzt übertreibe ich ein bisschen. Sieben Punkte geht es nach oben, aber wir sind mal wieder positiv endlich, wie Sie ganz richtig festgestellt haben. Sieben Punkte geht es nach oben und der Endstand dieser Woche, der ist dann bei plus sechs. Das ist der Sentiment Index der Privatanleger. Der Blick auf die Grafik verdeutlicht das auch nochmal. Aber nicht etwa, weil hier die Pessimisten in großer Zahl die Notbremse gezogen hätten, sondern ein großer Teil dieses Aufschwungs verdankt sich vormals neutral eingestellten Marktteilnehmern. Das heißt also, die Privatanleger sind ihren institutionellen Pendants eine Woche voraus. War denn der gute Juni-Start eventuell ein gutes Vorzeichen für den DAX? Und wie sehen Sie den Leitindex denn unterm Strich? Na gut, auch wenn wir jetzt nicht die große Kaufpanik gesehen haben, es hätte ja durchaus dazu kommen können, ist doch der Pessimismus so über die vergangenen Wochen, über die gesamten vier Wochen so langsam zurückgegangen. Wir erinnern uns, wir waren ja mal bei minus 24 im Börse Frankfurt Sentiment Index in diesem Jahr. Jetzt sind wir doch auf einem Niveau, wo es etwas erträglicher ist. Und das heißt natürlich, dass die ganz große Gefahr einer Short Squeeze, gerade unter, wenn man die Privatanlegern damit hineinzieht in diese Betrachtung, dass die große Gefahr einer Short Squeeze sich doch deutlich verringert hat. Wir sehen also hier nicht die ganz große Nachfrage trotz Kursanstiegen. Ich meine, in der Summe sind wir immerhin 3,7 Prozent gestiegen auf Sentiment-Datenbasis innerhalb von vier Wochen. Das ist schon ganz ordentlich, wenn man sich das leisten kann. Und auf der Unterseite haben wir natürlich dann die erste Nachfrage auch relativ weit weg, weil, ja, ich würde mal sagen, die erste signifikante Nachfrage sehen wir hier zwischen 15.200 und 15.250 DAX, wenn wir überhaupt darunter kommen. Unterm Strich ist also die Dynamik ein bisschen rausgegangen aus dem DAX durch die heutige Umfrage. Die Situation unterm Strich, sie gestaltet sich ein ganz klein wenig ungünstiger im Vergleich zur Vorwoche. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Goldberg, und bis nächste Woche. Gerne, bis nächste Woche. Gerne, bis nächste Woche.